Endlich geht er los, ihr GTA-Mann! Ja, Mann! Wow! Ja, wow! Nein, nein, das wird so geil. Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play GTA Online. Da sind wir auch wieder zurück. Mit der ganzen Bande. Und es klingelt an der Tür. Wer könnte das denn sein? Hi, da. Ja, willkommen, willkommen. So glad you could make it. Now, haven't we met already? Huh? Have you met Ron? Have you? Either way, it doesn't matter. Congratulations! Huh? You all now have jobs in a startup. This is it. Trevor Phillips Industries. Welcome aboard. I am not a drug dealer. I am not a pusher. Yeah, and we're... We're locavores. Huh? Recyclers! Yeah, we think very green. We take the drugs that already exist in America, and we add value to their supply chain. And that is what all of you will be doing. Now, first off, Ron, we will be borrowing a couple bricks of cocaine from some juiced-up frat boys on a yacht off the coast. Then, we are gonna beat the Vagos to their supply of moly pills. Now, our guys do pick-up and trash trucks, and so are you. Then, we're gonna be sneaking in to the backyard of the lost MCs. Oh, and then we're gonna take their meds that they have stashed in something. So, there we have it. We're gonna get the meds, we're gonna get the pills, we're gonna get the cocaine, or we can get the pills, the meds, the coca... Ah, fucking whatever! You're gonna get it! You're gonna bring it to Ron, and then we're gonna fucking get movie! Trevor is back. Alter Schwede, ja, der gute Mann, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Das war für den mal eine Mission machen. Und herzlich willkommen zurück hier, liebe Freunde, zu Let's Play GTA. Ja, dabei sind der gute Benni. Alias Benni-Wurst. Genau, Hallöchen! Der Dennis, alias Mafuyu-Wurst. No! Und der Curry, alias Currywurst. Ja, und heute geht's um die Wurst hier bei der neuen Mission. Kokain überfällt ein paar Dealen der reiche Söhnchen auf einer Yacht vor der Küste bei Del Perro. Yeah! Ja, greift aus der Luft auf und nimmt vom Wasser gleichzeitig an und bringt ihre Waren zu Ron. Der Ron. Genau. Ja, ich hab mich ja gerade sehr gefreut, dass dieser Schlösel, der so viel labert, nicht dabei war. Echt? Ja, der war jetzt Wiesen, der nochmal, Wiesen, der nochmal, ah, hab ich den Namen wieder vergessen. Oh, der Benni tritt bei. Glaubt ihr, super. Der Benni hat heute ein paar technische Probleme, ja? Oh nein, Benni, komm rein da. Bei mir steht, wird heruntergeladen. Oh, Benni. Okay, drücken wir mal die Däumchen. Der Benni hat irgendwie Netzwerkprobleme heute, also es ist nicht so gut. Heute steht es nicht so gut um GTA. Also es liegt auf jeden Fall an Rockstar. Ja klar, es ist immer die Rockstar-Schuld. Mein drei von vier Leuten haben drei keine Probleme, Benni. Ich möchte ja nicht sagen, ne? Oh mein Gott! Jawohl! Wiggler, 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 Wiggler! Hey, tap aus! Oh mein Gott. Das war der Currybox. So, okay, ich spiele heute noch mit Dennis Kokain und was machen wir? Wir sind das Boot, wir sind das Boot-Team und dann gibt es natürlich noch das Team für den Hubschrauber. Okay. Und das ist jetzt mal Zufall aufgeteilt. Können wir ja so lassen eigentlich, ne? Ja. Okay, wenn sie das sagen. Also ich finde unsere harte Montur eigentlich schon ganz nice, aber ganz ehrlich. Aber man muss nur aussehen wie ein wahrer G. Warte mal. So, so. Okay, wie ein wahrer G, alles klar. Hier, komm Benni. Richtiger G-Style. Harte. Okay, warte, ich ziehe mich mal. Das sind die wahren G's. Mit richtig hartem Absperrband. Guck mal, wir können auch jetzt die wählen. So, nehme ich den hier. Zack, ich bin bereit, aber sowas von. Der Dennis ist auch bereit. Das ist echt ganz cool so. Nehmen wir die Tüten, oder was? Nehmen wir Tüten, alles klar. Alle Tüten am Kopf. Yo, ich nehme die hier. Seid ihr bereit? Soll ich hier Feuer geben, oder was? Komm mal. Okay, let's go. Oh, sind wir harte Typen. Kurz zusammengefasst, wir müssen auf eine Yacht. Zwei sind in einem Helikopter und geben aus der Luft Unterstützung, während die anderen beiden mit einem Bündchen darüber flattern, schwimmen, rüberfahren und dann die Yacht hochnehmen und das Kokain klauen. Genau, wir müssen im Prinzip, wenn man es mal genau nimmt, für den guten Moment, ich muss gerade mal die Perspektive wechseln, so geht das gar nicht. Wir gehen für den guten Trevor an den Start. Ja, freu ich mich. Du dich auch? Ja, rein da mit dir, du Alter. So, den haben wir ja lange nicht gesehen. Also, wenn du das, die CFO, COO, Intern, und Rest Room Attendant hat zu starten. Okay, so, uh, you're about to go to the boat, right? Trevors asks, you approach it from the sea and the air, okay? Half of you are going to Veserpici, and the other half are going to Higgins, Halatorz, and the plan to open the project, so you know, after five hours you're going after a move, it turns out you're likely to have security, arm security, and you're not on the shoes still on, and you know it as a mood stabilizer. So, well, I wouldn't expect them to roll over, just so you know. Dike in nice cover. Das Boot. Ja, wir sind ja gleich schon da. Machst du dich vergessen, Benni? Stopp! Alter, unauffällig. Wie sauer bist du wieder? Aber geil, der Halfpipe mit dem. Alter, super Idee. Ja, Oma. Benni, komm mal vorne sitzen. Alter, zeig mal, was er kann. Der ist rund so richtig. Okay. Das ist besser, das ist besser für's Schießen. Ich glaub, der ist nicht so geil. Nee, wir kommen ja auch nicht mehr raus. Oder warte, komm, einfach mal raus. Ich glaube, die Sprungchance dahinter, die er verlangt. Warte, warte, warte. Das hab's ja jetzt schon wieder gemacht. Ja, wir sind ein Halfpipe gefahren. In den Pool. Ach so. Bei Venice Beach, beziehungsweise Vespucci. Ah, okay. Das ist neuer Parkstyle. Okay, Jungs, dann warte ich auf euch. Dann fahren wir zusammen. Ja, geh mal die Tür zu. Yeah, freu ich mich. Muss erst mal in die Luft schlagen vor Freude. Schlag mal in die Luft vor Freude. Unter Miniewagen! Unter Miniewagen! Ah! Willst du den runterdrücken? Das ist auch nicht mehr das Beste, was du bist! Mann ey! Du kriegst den nicht mehr, du kriegst den nicht mehr runter. Vergess es, Alter. Sollen wir euch da hinbringen? Ne, wir gehen jetzt zu Fuß. Okay. Das Boot ist eh direkt hier vorne. Komm. Dennis, du kleiner Vogel. Wie Mats. Wow, was war das denn? Der hat seinen eigenen Wagen in die Luft jagt, ey. Vollidiot, ey. So. Okay, Jungs, wie machen wir das? Geil, wir da rüber. Ja, das ist aber noch nicht das Boot, oder? Ne, ne, das ist nicht das Boot. Also da müssen die mit da hinfallen, Benni. Ah, das ist euer Boot. Ja, ja, klar. Ihr habt es da hinten. Hinter dem Pier. Ne, da sind die Jungs mit dem Koks unten drinnen, weißt du, Benni. Maske auf. Ah, okay. Naja, das hat noch nen Keller, hab ich mir gedacht. Ich würd sagen, ihr fahrt auf jeden Fall voraus, oder? Ey, setz dich rein, du Sack. Uns fahr ich los. Hahaha. Okay, los geht's. Markier mir das. Ah, da vorne ist es. Okay, ich weiß ich schon. Wow. Okay, Jungs. Auf geht's. So, Benni, pass auf, die öffnen jetzt das Feuer. Wow, was ne wachte Yacht. So, Benni, dann zeig mal was du drauf hast. Der L.A. übernachtet sich auf so nem Ding. Klar. Der Dennis bezahlt, ey. Hatte gesagt, wir verdienen jetzt so viel YouTube, Mann. Hallo, hallo. Wir decken an, ne? Wir docken an. Oh, einer ist sogar erwischt. Hahahaha. Komm hier. Ja, ist doch irgendwie so. Runter jetzt. Die laufen da überall rum, Benni. Warte, spring rein. Ab ins Wässerchen. Scheiße. Der geht nicht vorm Boot. Wir müssen auf jeden Fall oben erstmal die Plattform klären, damit wir da landen können, Benni. Alter. Hat auch gar ein bisschen rumgebackt. Der gute Mann. Oh, Alter. Okay, einen hab ich. Die ballern mich ab hier. Die ballern mich ab, Benni. Ich hab halt keinen Auto-Aim oder so. Ist so schwer, die zu treffen. Echt nicht? Was benutzt du denn gerade? Die Uzi, oder? Ach doch, jetzt ging's mal. Okay, da bin ich. Hi. Hallo, Wolle. Pass auf, wie sind die blöse Buben? Oh, jetzt geht's. Geht nur nicht, wenn man zu weit weg ist. Rechts von dir steht einer. Warte, hier oben, Benni. Hier oben. Links. Ja. Weg vor uns. Sehr gut, noch einer. Ein bisschen zusammen vorgehen, oder? Oh, ich hab auch die Frau erwischt. Oh, was? Oh, mein Gott. Wir müssen hier rein. Wir können hier landen, ne? Alles cool. Schieß mal noch einer. Ja, da ist noch einer beim Tisch. Hast du den? Pass auf, Warte. Hast du den, Benni? Okay, raus. Go, go. Und schön auf den Heli aufpassen, ne? Den brauchen wir noch. Muss einer stehen. Ah, der ist auf einer anderen Ebene, okay? Ja, unten sind noch welche. Jetzt die Fäckchen einsammeln. Okay, okay. Oh, ich hol mir mal ganz kurz die Helikopter. Oh, wo willst du denn hier? Mach das, Alter. Mach das. Hol dir mal die Helikopter. Flitz mal hier weiter rum. Ey. Du bleibst liegen. So. Ey, das ist jetzt unsere Yacht. Die reichen Zünche. Wir haben noch ein Päckchen. Ey, was hält der? Ey, wie komm ich da hoch? Verdammte Axt. Irgendwo ne Treppe oder so. So, Päckchen. Hast du ne Treppe hier gesehen? Gute nach, mein Freund. Dennis. Wo ist ich denn? Ah ja, warte mal. Hier lang wahrscheinlich. Da sieht's gut aus. Oh, fuck. Von hinten. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich bin tot. Nein. What? Doch, tatsächlich. Ich wurde von hinten überrascht. Nein. Okay, warte, warte. Jetzt wird mir bloß nicht mehr drauf gehen, Jungs. Ich bin, ja, ja, egal. Kriegen wir hin, locker. Kriegen wir hin, locker. Okay. Ja, easy. Echt. Ist keine schwere Mission. Das war einfach nur eigene Blödheit gerade wieder. Oh, wer schießt denn auf mich? Von wo? Die Drogen. Ach, der Helikopter. Ich hole mir den. Ich hole mir den. Ich hole mir den. Oder du holst dir den. Ich muss mal eben. Denkt dran, wenn ihr kaum noch Leben habt, schön Snacks essen, ne? Schokoriegel oder sowas. Okay. Oh, fuck, Alter. Was war das denn? Nein. Der ist zum Morgen. Jawoll, die Profis sind am Start. Ja, wie immer. Oh mein Gott, Alter. Wie schlecht war das denn, ey? Was hast du denn getan? Ich wollte den Helikopter abschießen. Und ich drück so und geh in dem Moment da hinten, weil er mich anschießt. Oh Gott. Okay, wir fangen aber direkt wieder am Wasser an. Alles gut. Oh, Mann. Auf ein neues. Aber es ist geil, wenn man Selbstmord begangen hat. Dann ist es immer nice. Das ist richtig hohl. Oh, scheiße, Alter. Egal. Ne, wir starten hier im Heli neu. Ja, ja, die. Also, wir starten beim Heli, ja. Oh, ja. Oh, ja. Die waren Gangster, Alter. Die Klamotten beim Kick zusammengekratzt. Vom letzten Pfenniggeld da. Warst du mal beim Funflushen? Was? Funflushen? Warst du mal beim Funflushen? Sammeln. Im Zug. Okay, go, go, go. Kommt, wer hat. Dwarf. Dwarf's Case. Das war ja wieder der Dwarf's Case. Ab geht's. Ab drauf da, Sarada. Jetzt legen wir los. Los. Gib Gummi. Trink mal ein Schlückchen Cola, ha. Also, den Selbstmord kann man übrigens bei mir auch mal sehen. Das ist schön. Ja, sehr schön. Toll. Mega sehenswert. Ich stelle dich so raus, weil er so feinig war. Okay. Curry, du hackst wieder. Ich hacke. Alter, was macht ihr denn wieder? Da ist sogar der Milch, Alter. Wie geil war das denn, Alter? Wie geil war das denn, Alter? Wie geil war das denn? Ohne Scheiß. Ey, das war der beste Stunt in meinem Leben. Okay, komm, wir holen die, Alter. Wow, die sind viele. Du kannst die Scheiben probieren. Oh, 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 oh. Ah, geh am besten direkt nach hinten, oder? Alles klar, alles klar. Scheiße, Mann. Wow, das war knapp. Alter, ich wäre beinahe draufgegangen. Stark. Hier unten ist noch einer. Jo, der ist tot. Aber wie geil war bitte dieser Jump. Ich konnte mich jetzt nicht darauf konzentrieren. Ja, ich glaube, wir können landen, oder? Das war das Beste. Hier unten ist noch einer, der verschreckt. Alter, was ist mit dem Heli? Hab ihn. Alter, das war der Mega-Jump aller Zeiten. Hast du ihn? Der Heli raucht? Ja, der Heli raucht. Da schießt du denn auf mich? Boah, ich hab... Der Weg runter von der Plattform. Da schießt jemand. Oh! Oh! Boah, es explodiert! Das Boot ist... Alter, euer Boot ist explodiert! Das kann durchaus sein. Stand da ein bisschen ungelegen. Ja. Der Heli da ist noch mitten auf der Heli raus. Ein bisschen. Okay, Jungs, jetzt aufpassen. Okay, pass auf. Wir sind schon schwer angeschlagen hier. Ich hab hier Probleme. Von da kommt einer irgendwie. Alter, du musst dir echt mal angebüßen, über uns reinzuhauen. Die sind echt gut. So, wer kommt denn noch? Kepler hat dir was zu tun. Wo ist der Gegner? Wo sind die? Ich bin ne Ofenklari. Schnuggi. Zack! Gute Nacht, mein Freund. Also mit der alten hier ist so ne... Und die Päckchen einsammeln, ne? Ey, ey, ey. Ich mach ja den Bildungsauftrag, Freunde. Guckt mal einen an. Hallöchen. Sie kriegen Besuch. Sie müssen sich keine Sorgen machen, junge Frau. Ich komm, um sie zu retten. Wortwörtlich. Ich bin nämlich der beste GTA-Spieler der Welt. Und dann jetzt bitte pass auf jetzt. Die pass auf, Curry. Wo sind die denn? Nochmal passiert mir das nicht. Die kommen jetzt gleich. Okay, pass auf. Oh, da liegt ein Päckchen. Cool, hab ich auch mal eins eingesackt. Okay, hier ist links. Yeah. Kokain, Kokain. Kommt schon. Ach, hier sind auch wieder Ladies. Gut, weiter runter. Ich mach mir mal den Bildungsauftrag, ja? Mhm. Siehste mal hier. Hallöchen. Was ist das? Wer kommt denn da durch im Dach? Das war ich. Das war ein Curry, Alter. Wie geht's dir? Ich brauch ein paar Päckchen hier, ne? Ja. Ich schieß dir mal rücken. Ja, kein Ding, Alter. Nee, mach ich's nicht. Kein Problem. Ich mag dich doch eigentlich. Hakuna Matata. Alter, das ist ja alles voll mit denen. Ey, was ist denn da los? Gute Nacht, mein Freund. Oh, scheiße, 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 scheiße. Nee, sag nicht, du stirbst gerade. Ruhig, ruhig. Bam. Mann, das war meiner. Currywürstchen. Ja, wie hab ich den anderen gemacht? Ja, hier ist noch ein Kugspaket. Denk da den Kugspaket, der Freunde. Okay, wir müssen weiter nach unten. Ja, größtenteils. Und eins liegt noch ganz oben. Eins liegt noch irgendwo oben. Da müsst ihr mal schauen. Man kommt schlecht an dem Boot vorbei, wenn ich ehrlich bin. Super Kugspak. Wer war das bloß? Das stört ein wenig. Ui. Ah, hier ist noch ein Paketchen. Das hole ich. Leute, ich hab das gleich. Ihr seid runter, ne? Ich bin runter, ja. Aber wo komme ich hier noch? Ja, alles klar. Man muss hier noch weiter runter, wie das denn? Nach hier, oder was? Gibt's ja noch so einen Maschinenraum. Ich bin auch irgendwo in so einem Maschinenraum gespawnt, als ich gestorben bin. Einmal. Mal ein schönes Bötchen. Hallo? Ey, das ist ein geiles Boot. Boah, wie gern ich jetzt den Kahn hier übernehmen würde. Ja, wollte ich grad sagen. Stell dir mal vor, du könntest mit dem Ding selber fahren. Boah, ich bin grad in der Kaptainskabine. Ja. Oh cool, Medikit. So, ich rammelde jetzt alle weg. Aber wo geht's hier nach unten, Mann? Warte, kann ich hier hochklettern? Ja, Mann, geil. Wo geht's hier nach unten? Ich bin auf dem Deck. Ich hab den eben auch noch nicht gefunden. Komischen Päckchen. Da fehlen noch zwei Pakete Kokain. Mal runter, Curry. Warte mal ganz kurz, vielleicht hab ich eine Idee. Wie kommt man denn jetzt wieder hier hoch? Ja. Okay, ich bin ganz unten. Ja, ich komme mit dir, ich komme mit dir. Ah, okay, hier geht's rein, alles klar. Ich hab nämlich so einen coolen Hut auf. Stürm das Ding hier. Was ist das denn? Achso, das ist ein Maschinenraum, alles klar. Oh! Hey, hey, Brinder. Von rechts. Alter, wie hält die Schnauze. Oh, was? Ich hab ihn ja auch im Arsch perforiert. Sehr schön. BAM! Ja, ja, war sehr geil. Ich hab den Bronzerbild getötet. Ein Mann von der Muskel. Okay, ein Paket noch. Okay, sehr schön, Freunde. Haben wir auch der zweite. Aua, 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 aua. Dennis ist tot. Da ist einer auf Wecke. Nein, ja, ich hab ihn erledigt. Jetzt stirbt nicht, Leute. Bitte stirbt nicht. Ey, der ist immer zu leichtsinnig. Zu forschen am Vorrennen, so wie ich. Aber ich gewöhn's mir am zweiten Mal immer ab. Der Dennis nicht. Ey. Ja, weil du immer die Punkte lässt. Aber wie kommt man jetzt hier hoch? Okay, die Polizei schnell wieder nach oben. Ja, aber wo? Der Weg ist voll weit. Ich bin nicht so lahm. Ganz nach hinten, oder? Genau, und dann einmal ganz auf die andere Seite. Ich schnapp mir den Jet-Ski, oder? Nein, 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 nein. Komm. Nein, ihr müsst alle zum Heli kommen. Ja, immer Ruhe mit der Ruhe. Keine Zeit, wir werden von Raketen geschossen. Ja, man, beeilt euch. Wie komm ich denn da hoch? Scheiße, Mann. Schrei mich nicht so an. Schrei mich nicht so an, Benni. Schrei mich nicht so an, Benni. Ladies and gentlemen, ihr Helikopter steht bereit. Bitte steigen Sie ein. Wir brauchen noch ein bisschen. Zwei Stunden mindestens. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ja, ihr müsst an dem Boot vorbei. Auf die andere Seite vom Schiff. Fuck, ihr müsst da einen Aufgang geben. Ja. Ab da rein, da rein. Nein, 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 nein. Alter, wir rauchen schon. Warte, komm, komm, komm. Wir holen euch ab, Jungs. Wir holen euch ab. Ja, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Warte, warte, warte. Benni, bewege deinen Arsch. Hier, komm ich hoch. Okay, Moment. Da bin ich alles umsonst drauf. Der ist der Polizeihilie. Komm, der ist da. Komm, Manni. Oh mein Gott. Ich bin in meinem Boot. Ich bin jetzt gleich da. Oh mein Gott. Komm schon, spring da hoch, du Arsch. Ich komme. Oh, sorry. Oh mein Gott. Ja, ich bin ganz auf dem Dach. Nein. Das hört sich nicht gut an. Okay, rein da. Okay, Freunde. Ihr könnt mich auf dem Dach abholen. Ich bin auf dem Dach. Benni, komm rein jetzt. Benni, komm rein jetzt. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, ich ruhe doch nicht jetzt weg. Alter. Ich spring jetzt da mega geil rein, warte. Okay, komm. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, Mann. Ja, Mann, Mann. Alter. Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber du bist doch gut. Du bist doch gut. Du bist doch gut. Ja, Mann. Der Heli, der sitzt auf. Ich kann nicht mehr. Komm. Setz dich ab. Ey, ey, der Motor. Komm, 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 komm. Ja, los. Go, 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 go. Oh, YAAA die, ey. Shut dich die Cops ab. Du wirst schieben mal den Heli ab, Dennis. Wie denn? Wie nice war das? Ich hab einen MW, warte, warte. Wo ist der, wo ist der? Oh mein Gott, war das geil. Du kannst dir den Raketwerfen nicht benutzen. Warte mal, ich hab nur MG. Warte, ich guck, guck, ich guck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee. Okay, wir fliegen weiter. Ich da so rausgeflogen bin, aber am besten war noch der Boatjumper von Dennis. Geile Folge heute wieder, ey. Mit Fails, mit Lachern, mit allem. Wir landen jetzt da oben und dann steigen wir aus und holen wir die Mädels runter. Nee, nee, ich mach den Niddy schon. Alter, komm mal, wie wir rauchen. Ey, GTA ist im Moment echt wieder so geil seit den Hals-Visionen. Es macht einfach mega Spaß, ohne Scheiß. Ich hoffe, euch mindestens genauso wie uns. Also ich hab echt selten so viel Spaß gehabt. Aber leider ist das Problem, dass es der vorletzte Hals ist. Jaja, aber wir zedenken uns danach wieder viele Challenges wahrscheinlich aus. Schreibt doch mal heute in die Kommentare, die Folge werden wir richtig gut begutachten, welche Challenge ihr euch noch vorstellen könntet. Genau. Also man kann ja sagen, die aufwändigste, die wir jemals gemacht haben, waren die Kipp-Laster. Drei Stück oben auf der Bucke in Blaine County zu stemmen. Dem Gronk damals, weiß ich noch. Und da ja bald die PC-Lösung kommt, können wir die Challenges da auch super umsetzen nochmal. Und deswegen postet mal coole Vorschläge in die Kommentare. Aber die müssten auch machbar sein. Also jetzt nicht irgendwie Doppel-5-Punts aufeinander, das funktioniert endlich nicht. Also lasst euch das einfach. Okay. Ich freu mich drauf. Ich mich auch. Ja und die PC-Version kommt ja jetzt am 14. April und bei uns gibt's da bestimmt bald dann auch Gameplay. Ja, wir werden sie aber nicht weg zum Release zocken. Kann man eigentlich schon mal sagen, einmal zocken wir eh da noch die Ice-Mission und die werden da noch laufen alle. Und oben drauf bietet die PC-Version halt bis auf eine bessere Grafik eigentlich nichts Neues. Deswegen ist es jetzt auch nicht so der Ober-Shit oder so. Doch, du kannst mit dem Maus und Tastatur spielen. Ja, wow. Das ist ein Highlight ey. Endlich Auto-Aiming weg. Ich hoffe, sie haben es rausgenommen. Ich hoffe. Ja, das ist halt ganz cool. Aber beim Autofahren macht es halt auch mehr Spaß mit dem Gamepad. Das stimmt. Was hast du? Ah, ein 10-jähriges Mandatoren Minimum und vielleicht ein Fehlungsmörder. Okay. Das ist perfekt. Jetzt lasst es da. Jetzt, wenn du gefragt hast, unter Interrogation war ich nicht hier. Außer es ist Trevor, der Interrogate, in welchem Fall war ich sehr viel hier. Da freudert sich der Ron. Ja, Ron. Ja, Ron. Zuckowski. Jo, Brotze ey. Ja, Mann, ich hab belohnt mit meinem Mega-San. Jo, 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 jo. Hallo. Also ich schreib morgen den Leser-Projekt an Rockstar. Ich glaube, das hängt davon ab, wer viel Koks gesammelt hat. Weil ich hab auch 3 oder 4 Pakete gesammelt. Ich beschwär mich darüber. Oh, erst mal einen Schmöken hier, Mann. Der war schwer beschwert sich wieder, ey. Guck mal hier. Jetzt wollte ich euch mal was zeigen. Was denn? Ey, weißt du, wofür der Benni jetzt ein tolles Testament hat? Ja, fixe ich dich noch, Dennis. Und das war wieder eine neue Folge von Let's Play GTA. Und ich musste sagen, ey, ich hab mega gelacht. Und der Dennis, der kriegt auf jeden Fall noch eine Abreibung. Dann irgendwie hinterrücks werde ich den nochmal ermorden. Den werde ich noch überraschen, meinen kleinen Erzfeind. Den kleinen Schniedel-Dennis, wie wir ihn auch liebevoll nennen. Ja, und wir wünschen euch noch einen superschönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und vergesst nicht, die coolen Challenges reinzuschreiben. Eure Ideen in die Kommentare. Diese Folge wird echt approved. Und ich bin gespannt auf eure Ideen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode beim zweiten Teil dieser Heiß-Nation. Bis zum nächsten Mal.